Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Challenge-Interview. Heute sind wir in einem Mittelalter-Darkride-Thema. Ich bin nicht alleine tatsächlich, weil der liebe Anaxagoras, aka Cedric, mit dabei ist und der darf jetzt gerne mal Hallo sagen. Hallöchen! Hi. Ja, wir sind jetzt in deinem Darkride-Part und der Darkride-Part hat keinen Namen, ist aber so ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Einen Namen gibt es jetzt nicht? Nee, also einen Namen hat der ganze Bereich an sich nicht. Das ist mir leider auch erst nach Einreichen des Darkrides aufgefallen, dass ich da mir keinen Namen überlegt habe für die Eingangstore, aber vielleicht hat ja noch jemand einen kreativen Namen für die Kommentare. Okay, jetzt dann nennen wir, also wir müssen ja irgendeinen Namen nennen für unser Thumbnail und wir nennen es einfach, nee, wir entscheiden das nachher, weil wir ja im Anschluss machen wir ja hier den Darkride, dann entscheiden wir, was für einen Namen wir dir geben für unser Thumbnail. Aber ihr dürft in den Kommentaren trotzdem reinschreiben, was für ein Name dieser Darkride verdient hätte. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf und dann kommen wir mal zur ersten Frage, was ist deine Geschichte zu diesem Darkride? Wie kamst du dazu? Ja, also ich wollte ganz klassisch irgendwie ein Boot Darkride bauen. Wenn ich jetzt an meine ersten Freizeitparkbesuche denke, habe ich da noch so die Hollywood-Tour im Phantasialand so ein bisschen im Hinterkopf und sowas wollte ich dann auch irgendwie bauen. Jetzt nicht in dem Filmthema irgendwie drin, aber das war dann so mein Grundstein. Ich hatte dann angefangen, quasi die Stationen innen zu bauen, habe dann auch noch am Anfang recht viel Backstage gemacht. Also es gibt auch noch Notausgänge und sowas, alles, was man noch finden kann. Und hatte dann mit der Warteschlange dann weitergemacht und dann vorne erst mal die ganzen Fassaden gebaut, um schon mal so grob die Höhe der Halle aus Besucherperspektive zu verdecken. Und weil ich dann am Ende noch recht viel Platz auch hatte jetzt auf der Map, habe ich mir gedacht, möchte ich gerne noch einen Flatride auf jeden Fall mit reinbauen. Und ich habe dann auch noch einen zweiten Darkride in Form einer Achterbahn gebaut. Ja, krass. Okay. Okay, gut. Also du hast drei Attraktionen gebaut. Das ist auch bemerkenswert, ja. Krass. Okay, cool. Und was hat dich so inspiriert, dieses Thema jetzt hier auszuwählen? Also magst du Mittelalter oder hast du gedacht, nö, das baue ich jetzt, weil habe ich das gerade Bock? Also ich hatte tatsächlich in meinem letzten Park, in dem ich gebaut habe, auch den Mittelalterbereich gebaut. Es war ein Projekt, da hatte ich einen alten Park, den ich mit einem Freund gebaut habe, vor drei Jahren oder vier sind es mittlerweile schon fast. Den wollte ich einfach so ein bisschen mal auf mein aktuelles Bauniveau anheben und habe dann da den Märchenbereich größtenteils auch in diesem Stil jetzt gebaut, wie ich jetzt auch außen die Fassaden gebaut habe und fand das irgendwie sehr, sehr cool. Das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht, das so zu bauen. Und ich finde, das macht auch optisch eigentlich ganz gut was her und habe mir dann gedacht, dass ich das eigentlich dann auch für den Dark halt so übernehmen möchte. Ja, ist dir auch wirklich super gut gelungen. Und was deinen Baustil angeht, sieht man auch also wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Überall ist irgendwas, überall hängt was. Und ich finde aber auch Mittelalter in Blanco 1 kann man echt gut bauen. Also es gibt vom Game selber auch schon super viele Teile, die man da mitnehmen kann oder auch von anderen DLCs klauen kann, die einfach dazu gut passen. Ist schon krass. Ja, ich hoffe mal, dass wir in Planet Coaster 2 zumindest irgendwie die Wände alle bekommen, die wir auch in Planet Coaster 1 haben dafür. Ich hatte jetzt schon mal so ein bisschen von dem, was man gesehen hat. Die Wikinger-Teile, die sehen schon mal ganz vielversprechend aus, dass man vielleicht auch den Stil so ein bisschen vielleicht in Planet Coaster 2 übernehmen kann. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir haben ja über 2800 Teile schon von Anfang an irgendwie so drin. Und ja, da wird mit Sicherheit irgendwas dabei sein. Das Mythologie-Thema ist ja auch noch dabei. Das ist ja auch so ein bisschen altgriechig. Da sind bestimmt auch das ein oder andere Teilchen dabei, was man da benutzen kann. Garantiert. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber es werden ja auch noch mit Sicherheit einige DLCs dazu kommen. Wenn die das so machen wie bei Planet 2 auch, dass dort dann die DLCs nach und nach dazukommen. Ja, wie fandest du die Challenge allgemein? Ich fand die Challenge richtig cool. Das hat mich wirklich gut gefordert, aber es hat mich auch gut bei Laune gehalten, muss ich auch sagen. Und wenn man dann jetzt nach den vier Monaten Bauzeit jetzt so ein Resultat hat und sieht, was man so gebaut hat, dann ist es schon eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich bin sehr gespannt, was die anderen alle so gebaut haben. Ein bisschen was habe ich ja schon gesehen, was im Discord gepostet wurde. Und ja, ich freue mich sehr auf die Videos, wie ihr dann die Darkweights alle fahrt. Ja, wir sind auch schon sehr gespannt. Ja, die einen oder andere Darkweights haben wir ja schon hinter uns und ja, die waren ja auch schon grandios. Also es ist wirklich krass, was ihr hier in diesen vier Monaten Bauzeit auf die Beine gestellt habt. Das ist echt beeindruckend und ja, da fehlen uns absolut die Worte. Und der Rick hat es ja schon bei Chrissys Darkweights gesagt. Es ist unfassbar krass, wie viele gute Erbauer wir auf unserem Discord-Kanal haben. Ja, also es gibt tatsächlich gar keinen, der auch auf keinster Weise gar nicht bauen kann. Also es ist, jeder hat so seinen Baustil, jeder kann was und jeder weiß auch irgendwas nicht, so wie wir auch. Wir lernen auch immer wieder was Neues dazu. Das ist das Schöne dabei. Man lernt immer von dem anderen was dazu. Und ja, vier Monate Bauzeit haben für dich gereicht? Oder hast du gedacht, nö, so lange brauche ich nicht? Ne, also vier Monate waren für mich eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit. Also ich war jetzt nicht ganz so schnell fertig für die Chrissys nach zwei Wochen und habe auch wirklich noch abends bis, ich glaube um 10 habe ich dir den Park geschickt am 30.09. Dann habe ich dann auch wirklich noch an den Fataden gearbeitet und gebaut, um die Halle wirklich noch zu verstecken. Wenn man für die nächste Challenge einen kürzeren Zeitraum hat, dann wäre das wahrscheinlich bei mir so, dass ich dann viel, viel mehr am Stück bauen würde. Also ich habe dann auch zwischendurch einfach mal zwei, drei Wochen lang gar nicht gebaut. Aber das war jetzt eigentlich schon eine sehr angenehme Bauzeit für mich. Ja, ist doch schön. Und mal so ein bisschen was anderes zu machen, ist ja auch nicht verkehrt. Man soll auch nicht permanent vorm Rechner hängen. Ne, das stimmt. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass du das hier in vier Monaten so geschafft hast. Mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Außer, dass es halt wunderschön alles aussieht. Und mir kommt jedes Mal die Gänsehaut, wenn ich da die Dark Rides öffne und denke mir so, ach du lieber Gott, das ist doch nicht normal, ey. Das ist, ach Gott. Weißt du eigentlich, wie viele Teile das hier sind? Ich hatte am Ende gar nicht mehr geguckt. Es waren zwischenzeitlich, glaube ich, um die 40.000. Also es ist relativ teilesparend eigentlich gebaut. Okay, okay. Ja, aber dennoch, trotzdem sind das viele Teile. Also wir hatten ja jetzt eine Parktour gemacht. Da waren es 40.000 Teile für den ganzen Freizeitpark. Ja. Das kann man auch machen. Also so ist es nicht. Ja, das stimmt schon. Von den 40.000 Teilen sind wahrscheinlich auch 20.000 Teile Fässer. Da freut sich der Rick. Vielleicht kann der Rick sich ja hier die Challenge-Aufgabe machen und hier die Fässer mal zählen. Da freut er sich bestimmt zu zählen. Hattest du genug Freiheiten hier bei der Challenge oder hat dir so Custom Media noch dazu gefehlt? Nee, also Freiheiten hatte ich auf jeden Fall genug. Custom Media nutze ich eigentlich in meinen eigenen Parks auch nie oder wirklich ganz, ganz selten, dass ich vielleicht mal für die Attraktionen versuche, irgendwie ein eigenes Logo zu entwerfen oder so. Aber ansonsten nutze ich eigentlich keine Custom Medias und so fand ich die Freiheiten eigentlich jetzt sowohl, also die Parkmap-Größe, die fand ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Und auch, dass wir uns halt im Thema frei austoben konnten. Wobei es natürlich dann auch noch vielleicht für eine spätere Challenge irgendwie nochmal fordernder wäre, glaube ich, für mich, wenn man vielleicht ein festes Thema hat. Aber das wäre dann, wenn man dann irgendwie fünf, sechs Starcrights dann hat zu einem gleichen Thema, dann wird es dann auch irgendwann wahrscheinlich repetitiv. Von daher finde ich ja eigentlich, dass die Freiheiten, die ihr uns da gegeben habt, eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das war auch so mein Gedanke tatsächlich, weil ich wollte kein festes Thema haben und ich wollte einfach auch zum Abschluss, weil Planet Coaster 1 ist ja halt bald Ende. Also nicht für alle tatsächlich, weil viele denken sich noch, Planet Coaster 2 gebe ich noch ein bisschen Zeit, ich hole es mir noch nicht sofort, ich bleibe noch beim ersten Teil. Oder viele haben noch beim ersten Teil ihren Park fertig zu bauen und deswegen dachte ich mir jetzt so zum Schluss, nee, ich mache jetzt kein festes Thema oder so. Und wie du schon sagst, dann sind die Darkrides fast alle gleich, ja, auf Dauer wird es langweilig und dann finde ich es doch so am schönsten. Und es ist ja wirklich so passiert, dass jeder was unterschiedliches gebaut hat, ohne jegliche Absprache oder Sonstiges, sondern jeder hat wirklich das gebaut, worauf er Bock hatte. Und das ist doch das Schöne dabei. Und ich denke mal, das sieht man auch im Detail, dass das jedem so selbst überlassen wurde. Also, ja, das sieht man einfach, wie toll das alles aussieht. Das ist schon krass. Ja, dann würdest du ja wahrscheinlich auch bei der nächsten Challenge bei uns mitmachen. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ja, das freut uns natürlich. Also, die nächste Challenge wird auf jeden Fall für Planko 2 kommen, wobei wir da auch noch, wobei ich das ja auch noch sagen kann, es gibt ja noch den ersten Teil und das heißt, diejenigen, die die Planko 2 noch nicht haben, können aber auch gerne im ersten Teil ihren Darkride bauen. Also, so viel kann ich schon mal verraten. Was es allerdings für eine Challenge wird, könnte eine Kombination aus mehreren sein. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Und, ja, hat es dich so ein bisschen aufgeregt oder wurdest du nervös, wie mal so die Kommentare waren auf Discord oder halt auch unter diesen Challenge-Infos-Videos, dass die Leute gesagt haben, oh Gott, ich bin so gespannt, was die Leute gebaut haben. Das eine oder andere, der eine oder andere Screenshot kam ja auch schon mal auf Discord und so. Hat dich das kalt gelassen oder hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, ich bin so nervös, ich muss jetzt reinklotzen? Nee, also, ich bin da eigentlich sehr gelassen mit umgegangen. Ich habe mich sehr über die anderen Screenshots von den anderen Darkrads gefreut, die zu sehen und da einfach mal so ein bisschen verfolgen zu können, wie gehen andere Leute da ran, wenn die sowas bauen. Aber für mich selber, muss ich sagen, bin ich da eigentlich sehr gelassen mit gewesen. Also, ich kann verstehen, dass da vielleicht auch bei einigen Leuten Neugierde war, die vielleicht nicht im Discord sind und dann nur zu YouTube immer die Infovideos verfolgen konnten. Und da ist er dann, die haben ja bis jetzt dann wirklich noch gar nichts mitbekommen. Da kann ich das dann schon verstehen, dass man dann mal einen Kommentar geschrieben hat und irgendwie auch wissen möchte, wie da so der Fortschritt ist. Genau, genau. Aber jetzt können die Leute sich auch die Parks tatsächlich auf Steam runterladen und abonnieren und liken und Preise verleihen und das würde ich hier für den lieben Cedric auch wünschen. Und deswegen, der Park ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr gerne mal dem Cedric ein bisschen Liebe dalasten. Da würde er sich bestimmt freuen und ja, zum heutigen Zeitpunkt bist du auf jeden Fall unter den ersten acht dabei. Auf welchem Platz du jetzt genau bist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dein Park sehr weit oben, muss ich tatsächlich sagen. Das ist schön zu hören, das habe ich noch gar nicht so selber verfolgt bei Steam, aber das freut mich. Oh, Random Planko hatte ich überholt. Ich sehe ich gerade, ich habe es gerade offen. Aber du bist tatsächlich, eins, zwei, drei, vier ist Random und auf Platz sechs. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Chrissy auf Platz sieben. Wahnsinn. Das ist doch verrückt. Die Community doch den Steam Workshop gut im Griff. Ja, muss man wirklich sagen. Also Hut ab. Also wenn dieses Video jetzt rauskommt, ist das ja übrigens schon zwei Wochen her, muss ich noch dazu sagen. Also es ist nie zu spät, trotzdem zu liken und dem lieben Cedric da ein bisschen Liebe dazulassen auf jeden Fall. Ja, ich würde mich freuen. Ja, das denke ich mir doch auch. Und ja, gut, sehr schön. Mehr Fragen habe ich nicht. Und unsere Zeit ist dann auch damit vorbei. Und ich bedanke mich bei dir als allererstes sehr herzlich, dass du bei uns und dieser Challenge mitgemacht hast. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dich bei der nächsten Challenge willkommen zu heißen. Und magst du noch irgendwas sagen? Ja, auch einmal ein Dankeschön an euch für das Ausrichten dieser Challenge. Und ja, ich hoffe, ihr habt gleich Spaß, wenn ihr euch den da anschaut und ihn fahren könnt. Ja. Und ich freue mich auf alle weiteren Challenges bei euch auf dem Kanal. Und danke dir für das Interview. Ja, ich danke dir für die Zeit. Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Und lass doch gerne ein Like für dieses wunderschöne Interview da. Und abonnieren nicht vergessen. Und in einer Stunde nach diesem Interview kommt der Dark Ride. Seid gespannt. Wir sind's auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf Seven Cents mit Metaro, Rick und Blutfeier. Achterbandträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf. In Pläne kommt's das Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser Euphorie.